Oh, es geht los, du Matsch, du bist doch nicht da. Hier war es für mich ein guter Raid. Ich habe gerade eben den Rogue da ausgezogen. Ja, das hast du dir aber auch verdient. Wohl wahr. Wir haben auch mehr Glück als Verstand, aber es hat Spaß gemacht. Wir hatten auch richtig viel Glück. Keiner kam von hinten. Sonst hast du manchmal Leute im Gebirge oder sowas. Nimm die Waffen aus meinem Gesicht. Hohle ran, Junge. Ach so. Du stirbst. Da ist noch einer gierig. Except hier. Fret ist vor das Inverschessenheit-Gerät. Wir müssen uns aber schnellstens aus dem Schaum haben. Wir haben einen guten Sporen. Hast du? Hast du? Ganz ohne, jetzt habe ich ja. Oh, geil, Wasser. Ich schieß doch den Sack weg. Also hier unten am Wasser lang und hinten durch, oder wie? Unten am Wasser lang, genau. Und dann über die kleine Brücke. Und dann müssen wir mal gucken, ob da schon Rocks irgendwo am M&G sitzen vorne. Vorne geht es, glaube ich. Ist relativ gut. Ja, aber wir müssen ja trotzdem dann einmal drüber, oder welche Halle musst du rein? Nee, die an der Straße ist es dann gleich. Ja, die ist ja easy. Ja. Also easy zu erreichen, nicht easy zu machen. Gegeeasy. Alter, was hat er denn schon wieder für ein Problem mit der Welt, Junge? Oh, eine Autobatterie. Ja, gut. Die ist Spaß beim Fahren. Hallo. Ja, brauchst du ja. Ich habe zwar einen Rucksack mit, warum, frage ich mich jetzt noch. Ich bin gar nicht am schnöden Loot interessiert, aber... Ja. Ja, das ist schon gut, Mann. Weil wenn einer stirbt, kannst du wenigstens einpacken, den müsstest du wegwerden. Ja, das stimmt. Also mit Geführgeschütz schon mal jemand. Aber drüben, auf der anderen Seite. Ja, ja. Sollte uns nicht interessieren. Ich hoffe. Ich glaube, außer die Level 37er muss hier, glaube ich, auch noch gar keiner rein, ne? Hier unten in die Häuser. Nee. Naja, aber mit Level 37 hast du das, glaube ich, schon auch hinter dir. Ja, ja, ich meinte das jetzt nur so metaphorisch. Hat die Rienfink übertrieben. Ja. So, Jungs, dann müsst ihr aber gleich mal gucken, ob die vorne irgendwelche Künste sind. Das sehe ich hier alles nicht, ne? Warte, ich... Ich kann das, ich kann das. Ich habe Bock da gleich einen Händscher zu kassieren von so einem Kasper. Ich renne runter am Strand. Das Dumme ist nur, die scotten dich ja auf die Distanz. Da siehst du noch nicht mal richtig was. Ja. Ja. Das stimmt. Ich sehe nämlich nur wieder einen schwarzen Klumpen da hinten. Wenn ich durch das Scope gucke, werde ich hier auch nur schwarze Fläche sehen. Also... Da ist nichts. Guck mal, ne? 150, dürften das sein. Was schwankt denn er so? Hast du geschossen, Matze? Ja, den hat sie entschärft. Egal. Ey, was ist denn das, Alter, für ne Knarre, Alter. Was schießen die da? 50er Kaliber, Alter. M700. Also einer hat da gehockt, der hat das zeitliche gesehen, glaube ich. Der war nicht mehr da, aber... Ich glaube, die schießen auch zurück, oder? Seid vorsichtig. Na, ich geh jetzt einfach runter, Alter. Was soll ich machen, Alter? Warte, ich will noch mal gucken. Nicht, dass einer ans MK verpisst hat. Mhm. Manchmal rennt er auch bis runter und kommt Wetter. Einer saß am MK, Alter. Bist er? Ich hoffe, den hab ich weggebrezelt. Der hat in meine Richtung geguckt gerade. Da hat das MK gerade rüber gedreht. Alter. Und die treffen. Ja. Auf diese Distanz, Alter. Eigentlich sinnfrei, aber... Das sind Mikato-Provisionen. Die ziehen dich weg, ohne zu wackeln. Ja. Ich müsste mal meine Position wechseln. Ey. Loot. Ich bin nicht am schlechten Loot interessiert, aber ich muss was essen, sehe ich gerade. Ich bin schon drüben, ne? Okay. Wenn ihr da an einem Stein sitzen seht, der sich nicht bewegt. Bitte nicht schießen. Okay. Hä? 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 Schmäh? TPS-Provision. Geil. Hat doch noch ein bisschen was gut zu machen da. Mit einem 10.000-Rugel für ein Taxi. Ich sehe einen von euch. Wer kommt? Wir. Wir sind das. Beide. Ich sehe nur einen. Was ist denn hier los? Wer läuft da oben? Nee, niemand. Ich bin das. Nee, oben. Oben läuft einer. Läuft du den? Ja, aber ich sehe ihn. Ich sehe ihn nicht. Ich bin hier oben im Gebüsch. Kommt rüber. Nein, der ist nicht rüber gelaufen, der ist hinterm Stein hier oben. Er hat euch jetzt aber auf jeden Fall gehört. Wo bist denn du jetzt? Sag mal. Hier, da bin ich. Hier, guck mal hinter euch. Ah, okay. Der müsste jetzt aber hier oben sein. Müsste ein bisschen aufpassen. Machst du deine UMP wieder mit? Ja. Aber pass auf, nicht dass der Raug am MK immer noch lebt. Ja, ist nicht da. Wer läuft? Wir. Wir hängen. Da ist er. Oh, Alter, wie ich jetzt entschränkt. Ich kriege 200. Komm mal näher an den Stein ran, Alter. Hier müssen wir aufpassen. Da ist er. Da ist er. Er ist hinterm LKW reingerannt und sucht jetzt den Rope, den du erschossen hast. Also da ist er jetzt. Ey, mein Loot, Alter. Ja. So, ich geh jetzt auch da längs. Er hat gerade nochmal um die Ecke gelinst. Er ist hier vorne um die Ecke. Hier drin. Wisst ihr? Mhm. Wir müssen ja eigentlich auch nicht rein. Ja, aber er schießt dir in den Arsch, wenn er jetzt hier vorbei rennt. Ja. Oh, jemand hat schon den Rogue hier gelootet. Ah, mein Kill, Alter. Ich laufe mal weiter vor. Wer schießt? Wer schießt? Wer schießt? Ja, ja, weg. Von oben auf dem Dach. Von oben auf dem Dach. Vom Dach? Da seh ich keinen. Ja, aber da hat er, vor Tag kam die Schüsse, glaub ich. Ne, ne. Am MG sitzt keiner. Kommt einer mit? Kommt einer mit? Ja, ich bin doch hier. Ich bin die Straße vorgelaufen zum Haus. Die Straße? Oh, Alter. Mine. Ey, ja. Nein. Nein. Nicht doch da lang. Da sind Minen. Ja, ja, Alter. Wer kommt mit zur Straße? Ich hör was. Ich hör was. Wer läuft denn jetzt? Ich nicht. Wer läuft denn noch hin zum Container? Ja. Das ist der, den ich dir gesagt habe. Ich renne mal weiter vor. Happen. Sehr gut. Sehr gut. Sehr geil. Oh, Mann. Aber dein Zeug kommt zurück, wenn du es versichert hast. Da ist keiner. Oh, ja. Ja, ja. Aber ich muss nicht. Das ist hier am roten Container. Gut. Kommst du mit zur Halle? Kommst du mit zur Halle? Ja. Jetzt musst du jetzt erstmal hier mit den Joten hier. Was war denn das für Einer? Hä? Ein Geftplayer oder was? Ja. Irgendwie. Geh ich mal von aus. Geh ich mal von aus. Ich hab ihn gesehen. War auf jeden Fall ein Player, aber ein Skeftplayer. War ein Skeftplayer. Ja, ja. Der hat ja schon... Der müsste eigentlich... Einer ist auf jeden Fall in der Nähe von euch gewesen. Und der hat auf jeden Fall den Rogue ausgezogen, den Matze erschossen hat. Das ging ziemlich schnell anscheinend. Das war der, ne? Hat er die ganzen Sachen von dem Typen mit? Das ist eine AK-4-Zitsch und ein AK-1. Eine gemottet oder nicht? Ich guck jetzt rein. Das dauert mir jetzt zu lang. Ne, dein Tod war schnell, aber... Danke. Schnell und schmerzlos. Oh, hier kommt was. Hinterm Haus. Straße. Hörst du? Ich schaute. Ich gucke. Felsenseiter oder Insider? Felsenseiter? Ne, Insider. Würde ich sagen. Da gucke ich. Da gucke ich gerade hin. Ich sehe da nichts. Ne, ich sehe keine Bewegung dort. Hm. Ich höre. Ich höre. Ich höre was. Das kann auch sein, dass so eine Felsenseite ist. So genau kann ich das nicht lokalisieren. Hm. Ich höre. Ich höre. Ich höre. Es läuft. Er läuft. Er läuft. Ganz dezent. Ich höre. Aber ich sehe ihn noch nicht. Ich höre. Ich höre. Ich höre. Komm her. Das ist ein Skeff? Ja. Alter. Oh ey. Okay. Ich habe mir das auch geklärt. Uh. Ich dachte erst, als ich den Weihnachtsmann Münze gesehen habe, dachte ich, ich habe einen Weihnachtsmann. Ja. Da ist auch noch einer. Ey. Hört doch auf. Hört doch dich. Da kommt um die Ecke gesprungen, schießt mir sofort in den Kopf. Das kannst du vergessen. Definitiv. Boah scheiße. Ich muss weg. Definitiv. Also das war definitiv nicht normal jetzt. Ich muss ja vorne raus. Ich sah es im Busch vor allen Dingen. Da könnt ihr mich weder sehen noch hören. Ja. Bitte keine Rocks auf dem Dach, Alter. Head-Eis-Protter. Genau. Melden, Arsch. Ja, es ist los. Aber das war klar. Ja, es ist meistens so dann. Wir, wir, das wissen... Ne. Ich habe keine selbst gemacht. Nichts. Das ist jetzt im Busch. Warte mal, das haben wir ruhig. Ja, es geht. No, es ist noch nicht... Es ist noch nicht gesprungen. Es ist noch nicht gesprungen. ich scheiß mir ein das komplette programm frau bedankt sich schon der zehnte schlüpfer an einem tag nur am waschen ich bin keller mit ja und da oben hätte ich auch noch analgien fressen können das ist schade und mord die alle draufgegangen für mich als level 25 um der ecke wie schon gar nicht und schießt mir sowas im kopf obwohl ich im bus saß und keine steps gemacht habe da konnte ich gar nicht wissen dass ich dort bin hast du angezeigt ja klar sehr gut ja auch nicht können die meistens dann ja weil die kleinen pümmel haben schiedreihen billige munition dreckswaffen und sich das bessere schießen das ist die devise was willst du da machen einfach laufen oh oh ey meine horrorquests an einem tag in zwei raids danke aber ich bin auch euch da übelst dankbar man ohne euch hätte ich es nicht geschafft darum geht es euch das ist so ein ding das musst du einfach jetzt sagen ey geil ich habe ein spiel geschossen ein rogue und ein spieler da war der erste der war ein rogue der dort gesessen und war ein spieler am mg und der hat sich die beiden looten ne der war am mg aber läser so guck ich übelst dick aus naja das ist ja ein jod die haben mich auch geholt wo ist das nicht danke thomas ich bin noch da sehr schön sehr schön sehr schön das ist geil ich die jungs und ich haben geben uns auch Mühe plugat und viel was vas immer gema wife hast wenn Brooke und we we oh Bis zum nächsten Mal.